servus ist wieder der volker vom session music und heute möchte ich euch mal den midi tag midi start 3 vorstellen so der midi tag midi start 3 kommt mit 49 anschlags dynamischen tasten daher das ganze lässt sich auch sehr sehr gut spielen die tasten haben eine ordentliche größe und an sich wie man sieht kann man hat zwar nicht jetzt sehr viele controller möglichkeiten dafür ist aber wirklich dass das wichtigste ist halt dran ich habe ein pitchband rad modulationsrad gut verarbeitet das ganze wir haben einen oktavschalter wo ich dann die oktaven halt dementsprechend hoch und runter schalten kann hier hätte ich mir vielleicht noch eine led oder irgendwas in der art gewünscht damit man halt jetzt sehen kann wo halt die 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 mittelposition oder die mitteleinstellung ist oder sowas auch für für den strom zum beispiel das heißt man hat jetzt also keine anzeige ob das gerät bereits eingeschaltet ist oder nicht ich meine klar man weiß ja wenn man es eingeschaltet hat aber das ist halt so zum beispiel so eine sache die hätte man noch ein bisschen verbessern können das gehäuse auch nicht ganz so gut verarbeitet aber alles in allem macht das schon einen guten eindruck im prinzip also dadurch dass die tastatur sich wirklich sehr gut spielen lässt kann man das schon empfehlen anschlussseitig haben wir einfach usb das heißt der gängige standard für die stromversorgung und die midi übertragung sollte ich mit plugins arbeiten wollen oder mit meiner der wir wie auch immer einfach usb reingestellt ich brauche keine treiber kein nix das ist also wunderbar in dem fall nur einstecken und loslegen wir haben aber gott sei dank auch noch eine ganz einfache midi out buchse wenn man jetzt meine hardware ansteuern möchte das heißt in unserem fall jetzt stromversorgung läuft über usb aber midi wird eben dementsprechend auch noch über die midi out direkt an tomodul in unserem fall jetzt gerade übertragen wer einfach nur nach einer tastatur mit 49 tasten sucht nicht viel schnittschnack drumherum braucht kann ja absolut zuschlagen funktioniert wunderbar und kann man schon empfehlen ja das war schon wieder mit der präsentation ich hoffe es war ein bisschen informativ und hat euch gefallen wenn ihr fragen habt wie immer anrufen vorbeikommen oder direkt eine mail schreiben und vergesst auch nicht unsere 33 tage money back und die 66 tage umtauschrecht tschau